ja hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video ja heute der weiße high im review und los ist an dem intro viel spaß ja der weiße high im review ich habe euch ja vor kurzem das steelbook vorgestellt ich verlinke euch das noch mal an dieser stelle ja der weiße high ja ist auch ein film der auf meiner bucket liste ist und darum passt das jetzt perfekt habe jetzt die in 4k urd geschaut weil zum 45 jubiläum gehen nachher am ende auch noch mal ein bisschen auf die qualität ein und aber jetzt worum geht es denn überhaupt in dem film der weiße high übrigens von 1975 also wieder 45 jahre alt und ja worum geht es in diesem film der film spielt auf einer fiktiven insel amity island ja so ein badeort wo halt der von seinem tourismus lebt und wir haben halt den sheriff hier martin brody gespielt von roi schneider der dort seine erste saison dort hat er auch so ein bisschen wasserscheu ist und ja ja die saison steht kurz davor zu beginnen und ja es eignet sich ein unfall ein ja eine frau wird durch einen high angriff getötet ja der sheriff will natürlich als absperren dort die strände dass niemand die strände benutzen kann aber der sheriff ist natürlich darauf ja wir können noch nicht das ganze geld wir leben vom tourismus und es wird ignoriert es kommt natürlich zu weiteren unfällen bis dann endlich auch mal der sheriff einsieht mensch so geht das nicht weiter und es wird ein spezialist angeheuert und es wird auf die jagd gegangen nach dem high ja soviel zu der story eigentlich eine recht simple einfache geschichte ja aber was soll ich sagen der film ist galt ja auch einer als der erste blockbuster überhaupt mit ja steven spielberg hat das da ja damals hatte noch gute gemacht hat es ja wirklich sehr gut umgesetzt dort den film ja wie soll ich sagen man merkt den film halt da gab es noch kein cgi das wirkt alles jetzt wurde ein ein high dort gebaut mit mit dieser roboter technik und so weiter und das sieht man den film heute noch anders der halt immer noch okay ist ein bisschen in die jahre gekommen natürlich von 1945 jahre ja also hallo ja aber was sie da rausgeholt haben ist wirklich super der film sieht sehr gut aus auch mal kurz zum 4k ja der film hat natürlich ein filmkorn das sieht man dann ein bisschen deutlicher der film hat aber wirklich sehr sehr scharfe farben sehr scharfes bild also es ist wirklich selbst die blue war ja schon sehr sehr gut restauriert gewesen aber jetzt das 4k finde ich gibt noch mal so ein bisschen von den farben her auch noch mal so einen richtig coolen kick und ja sieht einfach sehr gut aus natürlich wie sagt bei diesen älteren film hat man so bei manchen aufnahmen so manchmal ein bisschen verwaschenes bild das ist aber einfach ja das geht manchmal nicht anders aber im großen und ganzen hat sich die pk für mich persönlich gelohnt den film halt jetzt in seiner besten form zu sehen ja es ist jetzt auch nicht so scharf bei manchen also in alten film ist ja so dass das bild man schon zu scharf ist dass man dann so effekte so ein bisschen billig wirken das ist hier nicht der fall ja und daher kann ich da nur sagen könnt ihr bedenken nur zugreifen ja was macht den film jetzt so besonders der film lebt von seiner spannung von seiner aufbauen von den charakteren die ein bisschen unterschiedlich sind ihre konflikte miteinander haben sich dann nachher zusammenreiten ist eigentlich so diese typische geschichte von der geschichte her ist ja auch eigentlich wirklich nichts besonderes aber wie das ganze inszeniert ist wie gesagt die spannung mit dem heim die zähnen die bilder die action auch die dort jetzt nicht zu viel ist er ist auch ein sehr langer ruhiger film teilweise hat viele ruhige passen passagen aber das macht treibt die spannung an und für mich ja wirklich ja man könnte fast sagen der beste high film überhaupt und darum kriegt der film von mir auch eine fünf von fünf das ding ist ich liebe diesen film ich weiß nicht wie es ist wenn man ihn jetzt heutzutage das erste mal sieht ich wie gesagt er ist leicht angestaubt aber ich sehe darüber hinweg weil ich einfach ja ich mag den schauspielern wie die interagieren dass das wie sagt der high wie das alles gemacht es gibt auch sehr viele coole fakten so also sozusagen bei google müsste mal schauen so ein paar coole easter eggs sage ich jetzt mal in diesem film zum beispiel mit dem nummernschild was er aus dem high aus dem magen rausholt da steht ja 007 louisiana drauf und vor zwei jahren wurde dort ein james bond film gedreht oder oder dieser high den sie als erstes fangen das war sogar ein echter high den sie dafür getötet haben was jetzt natürlich ein bisschen heutzutage wäre das glaube ich nicht mehr möglich und sollte man vielleicht auch nicht tun alles so eine sachen da gibt es ziemlich viele coole sachen könnte mal nachlesen würde ich das jetzt hier nicht nicht einfach so vorlesen könnt ihr selber mal gucken aber gesagt für mich einfach ein top film und kann ich wirklich jedem am wärmsten empfehlen die nachfolge nachher sind nicht mehr ganz so gut aber ja ich würde sagen hier haben wir haben wir mal frei langsam so langsam geht es vorwärts hier würde ich sagen so da haben wir es ja natürlich der high zu sehen sehr sehr cool gemacht finde ich passt perfekt oder ihr könnt mir ja gerne in die kommentare schreiben wie ihr den film finde ich denke mal viele von euch werden ihn schon gesehen haben ja gibt mal eine rückmeldung ja was sagt ihr zum weißen high ist es für euch der beste high film und soll ich sagen diesen sinne soll es auch gewesen sein vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten video bis dann ciao ciao